Der Bundestag stimmt heute über das sogenannte Sicherheitspaket der Bundesregierung ab. Seit dem Morgen läuft die Debatte. Die Opposition will das Vorhaben ablehnen. Auch in der Ampel-Koalition ist das Paket umstritten. Hier eine kurze Zusammenfassung, um was es konkret geht. Die Ampel will mit ihrem sogenannten Sicherheitspaket unter anderem das Waffenrecht verschärfen. Das Verbot von Springmessern soll ausgeweitet werden, mit Ausnahmen etwa für Jäger und Handwerker. Für Volksfeste und andere Großveranstaltungen ist ein generelles Messerverbot geplant. Die Ermittlungsbehörden sollen mehr Befugnisse erhalten, um zum Beispiel Terroristen zu identifizieren und sollen künftig auch Daten aus dem Internet zur Gesichtserkennung nutzen. Die Ampel will außerdem Ausweisungen erleichtern, zum Beispiel bei Asylbewerbern, die bei einer Straftat eine Waffe verwenden. Menschen, die in einem anderen EU-Land Asyl beantragen müssten und könnten, sollen gar keine Leistungen mehr erhalten. Und einen Aspekt dieses Sicherheitspakets, die Ausweitung der Befugnisse der Ermittlungsbehörden, wollen wir jetzt vertiefen. Bei mir im Studio ist jetzt Dennis Kenshi-Kipker von der Universität Bremen. Sie sind Professor für Sicherheitsrecht, muss man genauer sagen, für IT-Sicherheitsrecht. Willkommen, Herr Kipker. Vielleicht können Sie uns einmal kurz skizzieren, was genau den Ermittlungsbehörden künftig erlaubt sein soll. Ja, also letzten Endes soll es darum gehen, eine biometrische Massenüberwachung durchzuführen. Das bedeutet Stimmdaten, das bedeutet Gesichtsdaten, dass eben diese Daten mit Informationen aus dem Internet, die frei verfügbar sind, abgeglichen werden dürfen mit polizeilichen Sicherheitsdatenbanken. Die Polizei soll also die Gesichtserkennung stärker nutzen dürfen, wenn es um besonders schwere Straftaten geht. Ist das denn ein sinnvoller Schritt? Ja, grundsätzlich kann man natürlich sagen, Gesichtsdatenauswertung könnte sinnvoll sein an der Stelle. Das wurde aber eben in dem Sicherheitspaket nicht genau belegt. Das heißt, es muss erst mal klargemacht werden, worum soll es gehen. Soll es um die Abwehr von Straftaten gehen? Soll es um die Verfolgung von Straftaten gehen? Und bevor wir das nicht genau wissen, können wir eben auch nicht genau sagen, wie sinnvoll ist eine solche Maßnahme jetzt wirklich in der Praxis. Aber müssen wir die Realität nicht anerkennen, dass die Polizei mehr Mittel an die Hand braucht, um zum Beispiel terroristische Bedrohungen abzuwenden? Ja, also politisch wird ja ganz gern argumentiert, dass wir noch gar keine Maßnahme hätten, um eben sowas durchführen zu können. Aber man muss ehrlicherweise sagen, seit dem 11. September 2001 wurden sehr, sehr viele Überwachungsgesetze auch geschaffen, Mittel zur digitalen Überwachung auch geschaffen. Und das bezeichnet man als sogenannte Überwachungsgesamtrechnung. Das heißt, man muss sich anschauen, was hat die Polizei schon für Mittel? Und inwieweit wirken sich jetzt diese Mittel, die eben noch zusätzlich mit diesem Sicherheitspaket hinzutreten sollen, dann noch positiv überhaupt auf diese Überwachungsgesamtrechnung aus? Potenziale Täter nutzen ja modernste Technik, um sich zu verabreden und Anschläge vorzubereiten. Müssen da die Ermittlungsbehörden nicht auch sozusagen auf Augenhöhe sein? Also es gibt ja bereits zahlreiche Sicherheitsdatenbanken, zum Beispiel auch in dem polizeilichen Informationsaustausch. Und wir haben beispielsweise auch an besonders gefährdeten Orten in der Öffentlichkeit Kameraüberwachung. Das heißt, es gibt da auch bereits zahlreiche Maßnahmen. Und die Sicherheitsbehörden dürfen zum Beispiel auch Telekommunikation abhören und auch Computer durchsuchen. Das heißt, auch im Bereich digitale Ermittlungsmittel haben wir schon eigentlich recht viel zurzeit. Die Polizei soll ja beim Abgleich biometrischer Daten öffentlich zugängliche Quellen aus dem Netz verwenden. Spricht da was dagegen? Ja, das ist ein ganz großes Problem. Also das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 1983 einmal entschieden, dass es sogenanntes Volkszählungsurteil gibt. Und das heißt, dass personenbezogene Daten von Bürgerinnen und Bürgern erst einmal grundsätzlich nicht ausgewertet werden dürfen. Und wenn wir jetzt natürlich hingehen und sagen, wir machen einen biometrischen Massendatenabgleich mit Daten aus dem Netz, dann wird dieses Prinzip ja quasi in das Gegenteil verkehrt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt von meinem letzten Sommerurlaub meine Fotos auf Instagram hochgeladen, sodass die jeder sehen kann, dann kann ich eben in Zukunft nicht ausschließen, dass auch ein polizeilicher Datenscanner über diese Bilder hinweg geht und eben prüft, ist da jetzt eine strafrechtliche oder gefahrenabwehrrechtliche Relevanz dahinter. Und welche erweiterten Rechte sollten die Behörden denn aus ihrer Sicht überhaupt erhalten? Also ich glaube, wir sollten erstmal nicht über die Erweiterung von Rechten sprechen, sondern über die Konsolidierung von Befugnissen. Das heißt, dass man schaut, was haben wir zum Beispiel in bestehenden Datenbanken auch für Möglichkeiten, um solche Daten auszuwerten. Und ich halte es sowieso für schwierig zu sagen, wir scannen jetzt einmal das ganze Internet. Also man kann sich natürlich nicht das Internet in einem Stück herunterladen. Und da ist auch noch sehr, sehr vieles im Argen in diesem Gesetz, was beschrieben wird, was die technischen Maßnahmen genau angeht. Aber lassen Sie uns mal bei dem Instagram-Beispiel bleiben. Was kann man denn da als Einzelner machen, um dann nicht in die Fänge der Justiz zu kommen? Ja, also da ist eigentlich das generelle Prinzip, dass man sich ganz genau im Vorfeld überlegt, welche Daten möchte ich eigentlich mit anderen teilen. Und wenn wir natürlich unsere Profildaten öffentlich stellen, Videos, Bilder öffentlich stellen, dann müssen wir im Zweifelsfall auch damit rechnen, dass andere Zugriff nehmen. Und das haben wir für die Privatunternehmen ja sowieso schon. Da braucht man gar nicht mehr drüber reden. Aber jetzt kommt eben nochmal mit diesem Gesetz dann eine neue Befugnis für die Sicherheitsbehörden hinzu. Und das ist eine ganz neue Dimension. Also könnte es auch ein juristisches Nachspiel geben, wenn das Sicherheitspaket verabschiedet wird? Ja, definitiv. Also jetzt, so wie es in dieser gegenwärtigen Fassung vorliegt, gehe ich nicht davon aus, dass es verfassungskonform ist. Und betroffen ist ja so gesehen fast jeder davon. Und ich bin mir sehr sicher, dass wenn dieses Sicherheitspaket dann so kommen wird, dass eben auch das Bundesverfassungsgericht in einem späteren Zeitpunkt damit befasst sein wird. Danke für das Gespräch. Das war Dennis Kenshi-Kipka. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.